Wir sind eine tote Generation, ohne Ideale, ohne Moral, ohne Helden, ohne Sinn und Zweck. Naja, ohne Sinn und Zweck nicht ganz. Der Sinn unserer Existenz ist schlichtweg die Existenz des Systems sicherzustellen. Dinge wie Selbstverwirklichung, höheres Selbst oder Erleuchtung sind nur Schlagworte einer nicht erreichbaren Wunschvorstellung. Nachdem wir die ersten sechs Jahre unseres Lebens noch in gnädiger Ruhe verbringen konnten, geht es spätestens zur Einschulung schon los. Wir lernen fürs Leben und nicht für die Schule, erzählen uns Lehrer und Eltern jahrelang. Und mehr oder weniger haben sie auch recht. Wir lernen für ein Leben, in dem man nach Schlüsselqualifikationen bewertet wird und nicht nach gesundem Menschenverstand. Eine humanistische Bildung findet in den modernen Anpassungsfabriken, auch Schulen genannt, nicht statt. Es geht schlichtweg darum, so kompatibel für das System der Arbeit zu werden, wie nun möglich. Es geht nicht darum, ein selbstständig denkendes, verantwortungsbewusstes Individuum zu werden. Daher werden wir angepasst, getrimmt und mit sinnlosen Fachwerken gefüttert, um uns so gut wie möglich an die Anforderungen der Arbeitsmaschinerie anpassen zu können. Im nächsten Schritt kommt die Eingliederung in das System. Mit den angelernten Attributen von willenloser, sinnloser, moralfreier und stumpfer Pflichtsamkeit findet jedes Rädchen ein Platz im System. Sei es in der Produktion von Konsumgütern, in der Rodung und Vernichtung unseres Ökosystems oder selbst im genialsten Radkasten des Systems. Hier hat sich das System nämlich ein Aufwandbecken und ein Schutzmechanismus gegen seine Feinde und Ungereimtheiten geschaffen. Ein Millionen Menschen sehen verschlingen das Ungetüm, das einzig unter Leim dem Selbsterhaltungszweck dient. Die Bürokratie. Unsere Arbeit besteht meist in einer stupiden Abfolge einstudierter Drills, die sich über unsere Standardarbeitszeit von 8,5 Stunden erstrecken. Nach dieser Stumpständigkeit versteckt es uns nach Hause. Fertig und abgearbeitet von der täglichen Opferung an das System sind wir meist viel zu müde und geschafft, um noch kreativ, aufruhlerisch oder erfinderisch agieren zu können. Wir sind so getrimmt worden, dass jede unserer Tätigkeiten eine Produktivität aufweisen muss. Alles andere sehen wir schon mal als Zeitverschwendung an. Ausgenommen natürlich Dinge, die uns der Propagandaapparat des Systems als Allheilmittel verspricht. Konsum, Konsum und nochmals Konsum ist hier das Zauberwort. Wir brauchen natürlich immer die teuersten Marken. Egal ob Kleidung, Möbel, Autos und selbst sinnlose Konsumartikel. Wie niedrig die Produktionskosten und der Realwert wirklich sind, spielt für uns keine Rolle, solange ein bekannter Markenname darauf abgedrückt ist. Das ist ein sehr schlauer Trick des Systems, um uns etwas für mehr Wert zu verkaufen, als es eigentlich ist. Wir sind zu erwachsenen Ü-Eisammlern geworden, die ein Stück Plastik, welches einen Wert von 1 Cent hat, mit 100 Euro handeln. Dazu kommt noch das Fernsehen und die Medienwelt. Wie viele Stunden verbringt man sabbernd und nichtsdenkend vor der Flimmerkiste, ohne sich auch nur eine Stunde später noch an den eigentlichen Inhalt des Geschehens erinnern zu können? Das Fernsehen raubt unsere Generation den Willen und die Triebhaftigkeit. Gleichzeitig wirkt es als Propagandamaschine Nummer 1 für das System. Minütlich wird uns gezeigt, was wir besitzen müssen, um glücklich zu werden. Dies wird nicht nur auf die subtile, direkte Art und Weise praktiziert, sondern auch durch sublime Nachrichten in Filmen, Werbespots und anderen Sendungen. Dass hierbei auch gleich die jeweilig dominante Kriegstreibernation der Erde ihre Siegerpropaganda über die ganze Welt verstreut, möchte ich hier nur der Vollständigkeit halber ansprechen. Meldet sich in unseren Körpern nach Jahren der unnatürlichen Bestätigung, doch mal ein evolutionärer Überlebensstrieb, hat auch das System hierfür die perfekte Lösung gefunden. Wenn man nämlich eine Familie gründen, Kinder in die Welt setzen und so weiter, wird man unweigerlich zum abhängigen Sklaven vom System. Um heutzutage ein Haus bauen zu können, muss man sich bei seiner Bank des Vertrauens verschulden. Diese Schulden werden oft sogar noch an die nächste Generation weitergegeben. Großartig gespart hat man sein Leben lang ja sowieso nicht, weil es viel zu viel zu konsumieren gab oder man viel zu viele alternative Ablenkungen zum täglichen Trott gebraucht hat. Natürlich verlangt die Bank auch Zinsen und so kann sich das Bankensystem immer weiter und weiter von seinen Zinsknechten ernähren. Auch für unseren Lebenspartner ist es ungemein wichtig, einen reichen Ehemann oder eine reiche Ehefrau zu haben. So wird sichergestellt, dass der Nachwuchs auch gedeihen kann. Ob der Partner dabei durch seinen materiellen Erfolgsflug auf soziale Kompetenz verzichten muss, ist zweitrangig. Auf diese Weise hat das System eine doppelte Schnippel geschlagen. Man muss in den Konsumkreis einsteigen, um eine Familie zu gründen. Wenn man die Familie gegründet hat, muss man sie durch Aufwendungen, die das System einem bietet, finanzieren. Dabei verschuldet man sich so weit, dass man auf keinen Fall aus dem System aussteigen kann. Jetzt bleibt unserem arbeitswilligen Systemling natürlich nichts weiter übrig, als immer weiter den Sklaven zu spielen. Selbst wenn ihm eines Tages klar wird, dass seine Existenz einen völligen Nullwert hat, kann er nicht aussteigen. Wo will er hingehen? Was will er machen? Wie will er sich und seine Lieben ernähren? Also versucht er sich, so weit es geht, abzulenken. Er pilgert sonntäglich ins Fußballstadion, um den Gott der Moral und der Werte durch den Gott des Konsums und der Sturmsinnigkeit zu ersetzen. Er betäubt sich mit so vielen Drogen, die ihm zur Verfügung stehen und spielt weiter das Spiel des Systems. Ein Spiel, in dem ihn seine Eltern geboren haben und in der er wieder neue Rädchen setzt, rein zur Steigerung der Produktivität und der Selbsterhaltung des Systems. Ein Spiel ist im Gemeinde. Ein Spiel, in dem ihn die Stadtcentage und der Skellung des Systems. Ein Spiel, in dem Land der Lied. Ein Spiel, in dem den Land der Korin des Systems. Ein Spiel, in dem Land der Werte durch den Auftrag des Karteisjäsens. Ein Spiel, in dem Land der Werte durch die Schrei des Experten zu achten, Die Halle von Sätener sind alle Moment. Vielen Dank.